Power. Übung 3. Hände geschlossen. Super. Jawohl. Cardio-Teil. Wir wollen unser Herz-Kreislauf-System wieder nach oben bringen. Verbrennung anregen. Auf geht's. Endspurt. Acht. Gut. Sieben. Hol nochmal alles aus dir raus. Sechs. Fünf. Super. Vier. Halt durch. Drei. Beißen. Zwei. Und komm locker. Gut. Ganz entspannt. Sauber. Sehr, sehr gut gemacht. Nur leider. Gibt es immer noch eine andere Seite. Oder zum Glück. Zum Glück. Linkes Bein. Bleib stehen. Rechtses Bein locker auftippen. Wir beginnen wieder. Viermal. Ganz langsam. Mit uns zur Seite. Setz das Bein. Cross. Und ab. Schön nach hinten kreuzen. Cross. Halsche Seite. Genau. Komm. Cross. Letztes Mal langsam. Cross. Good. Vier. Drei. Zwei. Erhöhe das Zähne. Komm. Tief. Und ab. Zwei. 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 Die Arme wieder. Die Arme zusammen. Drei. Ihr schafft das. Zwei. Und lösen. Füße hüftbreit. Bring die Arme nach vorne. Wir gehen ganz, ganz langsam. Zusammen. Erste Übung. Gehen in den Squat. Tief. Langsam. Stabilisiert. Komm nach oben. Halte dich. Linkes Bein setzen nach hinten. Halten. Dreh dich nach rechts. Ja. Gut. Kommt vor. Und wir erhöhen ein bisschen das Tempo. Gut. Geh tief. Ab. Hab. Und drehen. Gut. Hab. Tief. Gut. Und turn. Gut. Sehr schön. Komm. Gut. Einmal noch. Und wir erhöhen ein bisschen das Tempo. Komm. Und turn. Gut. Fühl nochmal den Druck der Hände. Komm. Zieh. Lass die Knie stabil. Setz das Gesäß weit zurück. Gut. Gut. Spür deine Oberschenkel. Spür den langen Rücken. Die Schultern tief an den Ohren. Super. Jawohl. Wahnsinn. Halte durch. Komm. Wir müssen hier noch auch mal. Acht. Komm. Sieben. Wie schaffst du? Sechs. Gut so. Sieht klasse aus bei Fiona. Bei euch zu Hause. Hoffentlich auch. Komm. Haltet durch. Gut. Letztes Mal. Und halten. Hi. Ich bin Tracy Anderson. Und dies ist der vierte Teil eures 15-minütigen Dance und Cardio Workouts. Denkt dran. Ihr solltet euch vorher ein bisschen dehnen. Denn wir werden direkt anfangen, uns zu bewegen.